Hahahaha Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Dark Souls 2 DLC Irgendetwas mit SanctenKing Ich hab keine Ahnung Nein es geht nicht mehr Was ist das für ne Scheiße Ich versuche mich auch zu boost in einer Weile Treffer Du hast getroffen Ich mach ihn jetzt mehr Nichts mehr schicken Ja Treffer Nein Tod Nein doch nicht Ich kann jetzt allem Ernest Das kostet Hahahaha Hahahaha Dieser Punkt zu langer sein Ja wieso Ich soll dich nicht rum Hahahaha Gut Genug des Blödsinn würde ich sagen Ja bitte So ich bin dran Hahahaha Hahahaha Ach Gott Hahahaha 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 So bitte aus jetzt Das weg Wo ist mein Clemohr Hahahaha Da ist es ok So Genug des Blödsinn's Wir laufen an den genauso vorbei So wie ich es vorher gemacht habe Ich nehm den DLC nicht mehr ernst Schaut euch das an, Alter Was soll ich denn da ausrichten Ich bin kein Ich weiß nicht was Kammerjäger 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 Hahahaha Sie haben meine Rappenplage im Teller Hahahaha 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 Uh das war knapp Ok ich geh mal Ok da ist mal Land Das ist gut Glaubst du aus ich ganz am Anfang Hissi Ja Was haben wir hier Hau es mal Untersuchen Hau es mal Hau es mal Untersuchen Drachenstein nicht im Inventar Ok Ah hinten gehts weiter Sollten wir einen Drachenstein finden Dann geh man da rein Voll So was haben wir da Ui Das drückt ja schon wieder an Was macht das Aha Da eröffnet das Aha Wir haben Und Jetzt Ah ok Auf jetzt Na schauen wir mal was da abgeht Da gehts ziemlich weit drauf Ok Sind wir gleich wieder am Anfang Wahrscheinlich Wo wir den Knopf nicht gut drücken Kommt Ja das schaut auch so aus Das schaut wirklich so aus Das schaut wirklich so aus Nein Moment ich geh mal da raus Ah ein Item Na gut Na gut Und eine Brücke Ok Ein Menschenbild Toll Ich kann rüberspringen Vielleicht Das geht ziemlich nicht aus Ich rüste mir nochmal das zweite Schild aus und flieg rüber Ok Nein ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Aber da können wir auch Geht wahrscheinlich wieder runter Nein Es geht noch weiter rauf Ok Ich hab keine Ahnung Ich weiß es wirklich nicht Vielleicht klingt das die Shortcuts Vielleicht ja Auch das wir nie wieder zu diesen Geistern kommen Ja wirklich Nie wieder Scheint so Das schaut gut aus Jaaa Shortcut Jaaa Schaut gut aus Ja Jawoll Wir haben einen Shortcut freigeschalten Ui Und ganz am Anfang war das Wir setzen uns gleich da hin Das ist cool Das ist cool Das ist cool Ja So Ich frage jetzt was es bringt Wenn unten ein Bomb verheißer Wo das Naja du wir umgehen die Ja wir können noch ein paar Die T-Rexe da Also die Die T-Rexe überspringen wir da Aha Müssen wir halt zweimal immer wieder rauf und runter fahren Das ist halt ein bissl Dämlich Können wir genau den T-Rexen vorbei rushen Könnte ja auch gehen ja Aber mein Kleber schaut sehr schön aus Unten rostet es schon Hahaha So wie das so schaut es aus So das schicken wir gleich wieder rauf falls ich sterbe Und nochmal runter Ich tue es nicht Nein Leute da musste ich einmal zurechtfinden Was ist das für ein Level Alter Auch die Map ist für Dark Souls etwas komisch gemacht Die ist etwas komisch gemacht Die ist etwas komisch gemacht Ja Okay Das kann man auch nicht mehr Okay so aktiviert man nur den Den Fahrstuhl Okay Von da bin ich glaube ich kommen oder? Ähm Nein Nein Ok Dann gehts hier wahrscheinlich weiter nehme ich mal an Oder auch nicht Drakenblut Grochschwert Schauen wir uns gleich mal an Drakenblut Grochschwert durch wird 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 es ist ungefähr so groß wie das Thema aber es ist schneller es ist auch dünner als das Thema vielleicht wird das meine neue Waffe mal schauen mal schauen es macht auch Magie Schaden schau und Blitz das ist stärker das tun wir uns gleich mal aufrüsten dann das merkt man uns bitte merkt er das es ist nämlich weiter schneller als das Thema aber das Thema ist schon gut was haben wir da hinten Nachricht nicht aufgeben was soll ich da nicht aufgeben da komme ich ja nicht weiter okay dann gehen wir wieder da zurück ich habe keine Ahnung wohin ich muss vielleicht auf die andere Seite da geht es auch weiter schau außer da fliege ich runter ich glaube eigentlich nicht bis es da weiter geht da hat er nach Absturz könnte es ja da ist zu Ende da sieht man es richtig ja Alter wo geht es denn da weiter dann wozu habe ich den Shortcut da oben geöffnet ich muss ein Drachenei finden nicht drachen wie heißt das was wir finden müssen Schlüssel wird benötigt genau Drachenstein okay so äh den Typ habe ich den das Phantom drinnen umbracht weißt du nicht na okay ich glaube es war das Ding schau ich lieber da nochmal nochmal da getrocknete Wurzel super okay getrocknete Wurzel da hinten ist das Ding okay in überall items rum vielleicht haben die auch die ist auch was dabei vielleicht ja schauen wir mal jetzt haben wir hier wir sehen einen großen Helden okay ich aktiviere mal das Bonfeuer da hinten ich glaube ich jetzt gescheiter oder wenn ich hier drauf gehe damit wir nicht den ganzen geschissenen Weg wieder zurück gehen müssen dann reisen könnten ja reisen könnten oder stimmt aber ist egal so weiter 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 da nach hinten ich fürchte falls ihr sieht dann noch raus das müssten wir in den Tempel dann noch suchen aber ein Knochen ist auch nicht so schlimm ein Knochen ist auch nicht so schlimm ein Knochen ist auch nicht so schlimm ein Knochen ist rechts 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 ahja hinter dieser Mauch hinter...hinter der? ja 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 das rückt mich eh nicht ja 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 ich laufe mal so die sind gottsofange ein bissl dämlich gut aber sie machen halt viel Schaden wie man sieht auch durch unsere Havelrüstung geht aber vielleicht beim Haus fahren müssen wir Ja, das war eh klar. Okay, anscheinend müssen wir wirklich zurückgehen. Also ich weiß es nicht. Ein Drachenstein, gell? Ja, einen Drachenstein muss man finden, um irgendetwas zu aktivieren. Vielleicht können wir den kaufen. Ich gehe einfach mal das Phantomschlachten. Allein soll es ja nicht so tragisch sein. Genau, ja. Lass das Klamour ausgebildet. Ausgerüstet, bitte. Vielleicht machst du nämlich gegen diese Geister da, falls du auf die noch mal triffst. Kann man nicht mehr schön reden. Na, das kann man nicht schön reden. Was soll das? Noch lebst du? Jetzt nicht mehr. Was die für eine Range haben. Unglaublich. Schässlich ist das. Drachenstein, wo liegt. Ja, wirklich. Irgendwo in diesem riesigen Gebäude da. Ja, in diesem Gebäude irgendwo. So, wir gehen rechts. Du bist denn gestorben. Ehreli, du kommst ein, wenn du da rauskommst. Ist gut, dass ich den nicht gleich triggere. Und weiter geht's. Dann gehen wir halt noch mal zurück. Na, mehr fällt mir nämlich auch nicht ein. Dann killen wir mal das Phantom, falls der es noch mal kommt. Das ist da kommen, das Phantom. Schauen wir mal. Hm? Hm? Vielleicht, dass du es da erwischt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Wir haben ja eine zu lange Pause gemacht. Okay, mal ganz ruhig. Jetzt kommt der Hofnarr Thomas. Okay. Hofnarr Thomas. Na, komm her. Ah, ah. Dann probieren wir es noch mal gegen dich. Oh, Alter, ich mach kein Damage. Aber das Shield ist wirklich... Boah, wie gold wäre es. Bombe. Das war auch das Spiel der T-Rex. So, von her, ich möchte dich backsteppen. Das ist ein normaler... Oh, was ist das? Was ist das jetzt? Komm, räum mal auf, Alter. Wahrscheinlich irgend sowas. Wir bleiben jetzt mal da stehen. Und jetzt. Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt. Ah, ha, ha. Hofnarr Thomas. Was ist mit dir? Wo deppert dieser nicht, dass ein Hofnarr sein wird? Nicht ich. Oh, Feuersturm. Nein, 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 nein. Ich hab mir nichts gemacht. Gott sei Dank. Nochmal ausgewichen hier. Alter. Das gibt's ja nicht, was der mit uns aufführt. Weicht allem aus. Und hat anscheinend... Ich kann ihn nicht backsteppen. Aber wenn ich das nicht ganz schade bin. Ja, das stimmt. Das ist auch Gold wert. So, mal einen kräftigen Schluck hier. So. Jetzt hab ich dich. Nein! Noch mal rauskommen. Sehr gut. So, komm, mach das noch mal. Nein, nicht das. Shit, Vorsicht. Das Schild ist... Boah, Bombe. Bombe ist das Schild. Ganz ruhig. Schild runter. Schild drauf. Boah. Könnte knapp werden. Was ist das? Ich glaub ne Bombe. Geh mal weg. Was ist das? Aber ich hab ihn besiegt noch. Boah, keine Ahnung. Was ist das? Was soll das? Ich geh mal rein. Das hat mich geheilt. Hei? Cool. Er wollte sich heilen mit dem Dreck. Aber das heilt anscheinend jeden. Ja, sehr gut, danke. Das Phantom ist einmal weg. Drei Estos verbracht? Egal. So, Drachenknochen, Drachenknochen, Drachen. Nein, nicht Drachenknochen. Drachenstein. Drachenstein, pass auf. Okay, okay. Achso, das ist ja normal. Okay. Sackgasse, okay, passt. Da geht's wieder zurück. Augen oft als der Erste. Schau mal, ob es im Damage macht mit dem Schwert. Ja. Okay. Aber nicht viel. Das heißt, auch alleine nehmen. Da wär mal hier wieder live. Aber er macht Gott sei Dank auch nicht zu viel schlagen. Gott sei Dank, ja. So, Kondi, Kondi, Kondi. Alles aus, dass man den nicht backstammt hat. Mal schauen, ob sie die Gäste hat. Gar nix. Wahrscheinlich. Nach so als Prinzip. So wieder bobel. Oh, okay, das war genau in die Fresse. Mal ganz kurz. Komm gleich wieder. Komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Wenigstens kann man die Gäste anwischen. Ja, das stimmt. Wenn der Vorliebe werden wie die anderen. Alter, stell dir das mal vor. So, komm, 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 Kondi. Das, komm, jetzt die Sterben, da. 1200, okay, das geht noch, ja. Da kann man überall hingehen. Wir haben urviel ausgelassen. Ja, da liegt die Ehe irgendwo der Drachensteine, wir werden sie machen müssen jetzt. Wahrscheinlich, ja. Da mal da. Und jetzt? Keine Ahnung. Treppe von unten. Nein. Nein. Und da auch nicht. Interessant. So mingwes aufgegangen. Vielleicht, schauen wir mal. Alter, leck mich doch an. Na komm her. Gehen wir da runter wieder. Da unten war es Chili, gell? Du bist echt ein Vollidiot, oder? Das hat Ihnen ja keinen Schaden gemacht. Ja, nein. Okay. Blitzpfeile vielleicht. Das könnte das werden, ja. So, einmal. Und das wird lange dauern. Aber trotzdem. Immer ein bisschen weiter ist immer gut. Ich weiß nicht, dass ich es hätte, aber... Aber... Ja, okay. Der Kondi schätze ich mich ein bisschen ein. Sollten wir vielleicht auch ein bisschen in die Höhe treiben. Das ist ein bisschen zu gut. So, ganz kurz. Ich gebe mich nur schnell heim. Er verschätzt sich von der Distanz ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ja, das passt schon. Nein, ich auch. So, ganz ruhig. So, ganz ruhig. So, muss man jetzt weitermachen. Irgendwer sinkt da. Vielleicht muss man den befreien. Vielleicht gibt er mir das. Oder es liegt da drinnen in den Stacheln. So, mal ganz kurz, wie viel Schaden das macht. Ich betraue mich nicht. Ah, ein bisschen mehr als... Oh, ja, ja. Da ist nicht der Nächste. Da oben war auch der Caster, oder? Der ist genau über mir. Ja. Ja, aber nicht in dem Raum, glaube ich. Komm, komm mal mit, da. Oh, ja. Scheiße. Der Caster ober mir, he? Scheiße, dann schwert es schon ruhig nicht. Scheiße. Na, hoffentlich geht es sich mit dem noch aus, da? Ja, nachher vielleicht ein bisschen Reparaturpulver drüber streuen. Voll, ja. Haben wir hier auch genießen. So, Schild. Very nice. Kondi, 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 Kondi. Ansonsten nehme ich das Draken-Dingsbum-Schild, äh, Schwerter. Aber, ah ja, das macht ja auch Magic. Das macht auch Magic, ja. Aber nicht viel. Ja, das stimmt. Das heißt, wir werden den Willen noch aufwälzen müssen. Ich wäre auch dafür, dass wir, wenn das Schwerter wirklich anscheinend so schnell in den Arsch geht, jetzt wieder, dass wir den anderen Ring wieder ausrichten. Voll, ja. So, das war's mal mit ihm, da. So, Reparaturpulver. Wie schaut denn der Dreck aus? Ah, so gelb. Was da? Na. Das da, eh, 13er. 13er. Benutzen. Nicht ganz voll, aber... Wollen wir nochmal? Na, lass noch. Okay. So viel kostet das jetzt auch nicht. Ah, ja, das haben wir eh vor, um, eigentlich schon. Ja. So, der Castor da oben. Der Castor da oben. Wir laufen wieder da durch. Bis zu der, äh, Stiege, Leiter, wollte ich sagen. Dann noch einer, oder? Nein, da kommt keiner. So, von da oben habe ich ihn weggefetzt, den Wixer. Genau. So, jetzt auf einmal treffe ich mich. Jetzt habe ich ihn. Hehehe. Uh, da kommt was. Da kommt nochmal was. Einmal kann ich schießen. Aida! Ihr seid so lame, wirklich. Einmal noch. Und? Wieder weg? Ja. Na, gut. Eine Fackel? Toll. Für eine Fackel gehe ich da rein. Scheiße, Mann. Das ist all der Blödsinn. Glizetitamit schon eher? Dreimal. Nein, warst du ohne. Was, 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 was? War das dreimal Glizetitamit? Ja. Oh, oh. Ah. Ah, da liegt noch was. Ohne Ruhe. Ohne Ruhe. Und eine Leiter. Menschenbild, okay. Nehme ich mir auch gern mit. Ist jetzt nicht wirklich... Okay. Keine Mimik. Das wäre auch ziemlich geschießen mit den Stacheln dahinter. Und? Juhu! Wir sind die Besten. Sehr schön. Sehr gut. Weiter geht's. Hier haben wir noch raus. Ja, sicher. Jetzt schauen wir uns hier auch noch um. Wenn wir schon hier drinnen sind und der scheiß Casterdown ist. Oh Gott, da geht's überall hin. Überall hin! Das ist unglaublich. Wie groß ist denn das? Oh. Nein. Nein. Auf den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Da kann ich rüberspringen. Ja. Macht das. Dann geht ihr die... So, ganz ruhig. Ich gehe die Leiter wieder. Und bringt da uns mal was. Ist er runtergekommen? Nein. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, er kommt da auch nicht. Hallo? Kommst du runter? Ich schau mal ganz kurz. Jetzt seht er da, oder? Ach, die scheiß Kamera. Na, ich glaube, er ist gegangen. Was? Ah, er ist runtergefallen. Aha. Danke. Nein. Nein, Caster. Ich bin ganz ihm nah gekommen. Wirklich? Ich glaube es. Aber jetzt vielleicht. Hul! Okay. Haben wir noch so einen Schalter? Ich weiß, ob ich immer der gemacht hat. Ja, wirklich. Gönnt ihr? So, da haben wir jetzt zwei Truben. Okay, da ist nichts. Schauen wir mal. Weg, weg, weg. Super. Wahnsinn. Okay, wenn ich da runtergehe, komme ich nicht mehr rauf. Das heißt, ich muss dann wieder rund um den Truben gehen. Das heißt, ich muss an ihm irgendwie vorbei. Lassen wir mal die Truhe. Wenn ich runtergehe, dann schauen wir mal weiter. Wo komme ich denn da hin? Lägt's mich am Arsch. Da gehe ich ja gar nicht lang. Da gehe ich ja gar nicht lang. Die kommen dir so oder so nach. Das ist mir wurscht. Da nehme ich die Feder. Verpiss mich. Das hat sich geöffnet. Das hat sich geöffnet. Das hat sich geöffnet. Schau. Ja, aber... Ja, aber... Ja. Was machen wir zuerst? Erkunden, hätte ich gesagt. Kurz. Nicht, dass wir das Schwert draufbringen, was wir gefunden haben. Wie ist die jetzt schon? Ja, warum nicht? Wir haben nur viele Seelen. Ich glaube, da kommst du da eh nicht drüber. Da kommt die ein. Achso. Ich glaube, die Respekt. Sehr gut. Was ist denn? Alter, was geht denn mit euch? Jetzt stirbt er und ich kriege auch einen Vergiftungsschaden. Wurscht. So. Nee. Okay, los geht's. Kampf auf Leben und Droh. Wieso mache ich so wenig Blitzding? Ich habe sie ja eh schon auf Level 14 auftaucht. Dem Willen. Nein, ich bleibe mich da nicht. Leck mich am Arsch. Ich habe meinen Drachenstein. Mehr will ich gar nicht. Wir haben ja später noch, wenn uns danach beliebt. Genau. Ich gehe jetzt mein Schwert aufrüsten, mein neues. Das Bondfeuer hat sich schon ausgezahlt. Das Bondfeuer war gut, dass ich das gefunden habe. Das war auch Glück, dass dahinter nichts war. Ich bin ja nur von den drei Leuten da weggekommen. Eigentlich. Das stimmt. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. So. Mausi Bär. Rüst mir mein Schwert auf, mein neues. Mein schnelles, schönes Schwert. Ja, hallo, grüß dich. So, verstärken. Jetzt muss ich es nur noch finden. Das könnte ein bisschen dauern. Ich sehe jetzt eine Cut. Da ist ein Drachenblut. Der ist auf Geschick, aber voll gespielt. Okay, okay. Und du hast gerade einen Drachenknochen dafür verwendet. Ja, ich sehe es gerade. Darf ich es trotzdem aufbözen? Aber es gilt auf Geschick. Und? Es geht urscheiße auf Schaden. Weil wir kein Geschick haben. Dann gehen wir halt auf Geschick. Dann kann ich kurz rechnen. Wie viel brauchen wir auf plus 5? Rakenblutschwert. 2, 4, 6, 8, 12, 15. 15? Hm. Ja, wir haben verwenden sowieso keine Bosswaffen. Okay. So. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen auf Geschick gehen. Wo ist das jetzt? Das ist schneller, finde ich. Ja. Ist es auch. Der schaut cool aus. Hm. Mensch. So, was machen wir jetzt? Wir gehen dann wieder runter zu diesen Dinosauriern oder sowas. Das ist es. Das sind die Dinos wollen wir. Das sind die Dinos, oder? Ja, voll, aber wo ist das Bonfire, was wir da gefunden haben? Da. Ah, ja. Dann setzen wir mal noch den Stein ein in dem Part, würde ich sagen. Uh. Drachenstein finden, nenn ich den Part. Drachenstein findet den Drachen. Findet den Drachenstein. Findet nicht den Stein der Weisen, sondern den Drachenstein. So, ja. Ich will mich nur anfangen. Lass mich mal. Das ist cool. Die sind so deppert. So, schauen wir mal, was der jetzt macht. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Schlüssel. In, ja, Fragezeichen gestellt. Ja, natürlich. Die Münze geht in Sparschwein. Ah, die Brücke wird repariert, dass wir da reinkommen. Und wo war das oben? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Da war der Aufzug. Ach so, ja, dann fahren wir einfach raus. Dafür ist also der Aufzug. Ja. Und ich habe alle dann rausgeschickt. Ah, sie ist nicht sogar da. Cool. Nice. Ja, vielleicht wegen Bonfire reset. Wir hätten noch mal. Das ist, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie wir da jetzt auch hinkommen. Das ist ein bisschen verwirrend hier in den DLC. Auch wenn wir jetzt gemacht haben und sowas. Da ist sie. Das ist die Brücke. Wo habe ich ein Maasen? Na gut, dann gehen wir halt. Alter, was geht denn? Ich glaube, jetzt sind wir beim Boss. Jetzt schon? Na ja, ich schätze schon. Die DLCs sind nie so groß. Aha. Aha. Vielleicht auch nicht. Okay. Was steht da? Vorsicht vor CR feilen. Okay, Moment, Moment. Okay, na dann bleibt mir nichts anderes übrig, als da runter zu springen. Das machen wir aber allerdings erst wieder im nächsten Part. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Und, Gene. Jo. Ich bin ich, Nobody. Ich bin mit einem descone stamped,